Hallo, hier ist wieder euer LP-Gamer Steffen zu einer neuen Aufnahmesession Let's Play Minecraft. Und weiter geht es. So, ich habe ja so gedacht mal anzufangen eine Monsterfalle zu bauen. Ein bisschen Abwechslung reinzubringen in das Spiel. So, und ich werde sie wahrscheinlich ähm... hier in der Nähe der Höhle bauen. Die ist weit entfernt. Am besten... Moment... In jedes Haus ist irgendwo... Hier habe ich mal Wasser. Hier habe ich noch einen Creeper. Kann man auch mal ausnutzen. Und benutzt das mal. So... Huh? So steil sozusagen. Hä, ist das Wasser? Das wäre ja sehr komisch gewesen, wenn da auf einmal unterortisches Wasser gewesen wäre. So nah an der Oberfläche. Das ist ja sehr selten. Ui. So, da kommt schon ein Stein. Wunderbar. Kann ich gleich weitermachen mit der Hacke. So, erstmal das hier. Genau. Als das nicht zum Abstieg. Sonst komme ich nicht mehr hoch am Ende. Oh, und ich sehe... Da bin ich schon eigentlich zu tief. Äh, wegen dem Abstieg. Äh... Lass ich mal den da. Den, ja. Den lass ich da. Den, ja. Der ist eigentlich auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Naja. Müsste schon aufgehen. Irgendwie. Ich hoffe jetzt zumindest... So, noch etwas in die Tiefe gehen. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht auf meine, äh, Höhle stoße. Weil das wäre sehr schlecht. Was passieren wird da? So. Da muss der bleiben. Gut. Ich denke mal auch, die Breite reicht von dem Monsterfalle. Muss ich auch, wie tief ich gehen muss. Oh, ich bin jetzt auch schon ziemlich tief. Das darf sogar reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, noch eins. Also acht. So. Da werden dann acht tief. Das müsste eigentlich auch reichen. Achter in die Tiefe. Und, ähm. Entschuldigung. Ähm. Im Beginn, äh. Lassen habe ich mich, ähm. Der Monsterfalle her von Quang. Ich werde auch so ähnlich nachbauen, denke ich mal, wenn ich es hinbekomme. Aber ich muss jetzt erstmal symmetrisch bekommen, den Scheiß. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ähm. Ähm. Gut. Aufnahme läuft noch. Also die Scheiße jetzt hier. Äh. Äh. Vollbild an. Komm. So. Aufnahme läuft noch gut. Ist ja schön passiert, Alter. Es kotzt mich an hier, die Scheiße. Also. Wo macht denn der das immer? Hast du sowas? Und mitten in der Aufnahme, äh. mich aus dem Spiel schmeißt. Ist echt zum kotzen. Also nicht schon genug, aber er hätte so Zeit. Mit bestimmten Sachen. Und Stress. Ich hatte schon, äh. Um ehrlich zu sein, echt keine Lust gehabt, ähm. Das letzte Play aufzunehmen, weil es mir, das halt wirklich, wenn mir drunter und drüber geht, äh. Probleme und andere Dinge, die ich nicht, äh, erwähnen möchte. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja. Daher bin ich auch ganz schön down. Ich kann auch die letzten Nächte so gut wie nicht schlafen. Bin total übermüdet, aber. Das beende ich mich trotzdem für euch auf. Weil jetzt. Habt ihr nächste Woche keine Folgen mehr. Und ja. Ich versuche jetzt mal, es jetzt zwei oder drei Folgen zu machen. Ja. Was ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Weil, wie gesagt. Ich bin total übermüdet. Das wird eigentlich gar nichts werden, ey. So. Ich hab doch so viel Holz, oder? Tomann. Holzherr und Werkbank. Oh, es ging doch das Handy. Mann, ey. Man hat nie Ruhe, ey. Kotzt mich an. Spiel, wagt es dir mich rauszuschmeißen. Ich halte aus mal. Das will ich jetzt überhaupt nicht abstürzen, ey. Äh. Achso, ja. Kannst du jetzt da lassen. Und, äh. Ja. Ach. Lass ich jetzt drinnen. Äh. 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 Sein Akzent hat. Holz. Naja. Die spielen wir nicht viel. Kann da bleiben. Ach. Was soll denn das? Menuuu. Da bin ich auch halt auch fixen fertig hier. Was soll denn das? Was? So. Komm weiter. Naja. Wie gesagt, es geht drunter und drüber. Naja. Hört mir aus. So. Ich brauche erstmal. Oh. Ey. Leck mich doch mal Arsch, ihr Scheiß-Crips. Ey. Was soll die Scheiße? Äh. Ey. Ich bin da so echt nicht in der Laune. Hallo. Ich will jetzt meine Let's Play aufnehmen. Und nicht dauernd hier aus dem Spiel geschmissen werden. Danke. Verdammte Scheiße hier. Kotz mich das schon mal an hier. Nix als Ärger hier. Nix als Ärger mit der Kiste. So. Da war ich noch eine Uhr. Wo ich da viel rein tue, was ich immer so sammle. So. Erde. Alles klar. Äh. Ja. Fakt und setze ich mir auch was mal her. Professorisch. Da eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Und. Ups. Da. So. Jetzt ist alles noch weg. Oder? Ja. Ja. Halt. Wie das. Komm schon. Äh. Wer auf der Scheiße. Kann ja nicht was sein hier. Hey. Jetzt. Lass mich langsam hier. Scheiß Laptop ey. Ich weiss nicht aus dem Fenster. Gott. Entschuldigung. Das mich da gerade so aufregt ey. Nicht dass ich schon äh so unter Stress stehe. Ich muss mich da schätzen und auch hier stressen ey. Gott. Das ist echt manchmal katastrophal. Aber so ist das Leben. Es ist nicht immer gerecht zu einem. Daher. Naja. Ich sag mal nix hier. Für euch ja nicht damit äh belästigen oder nerven. So. Das noch weg. Äh. Ne. Ne. Naja. So. Der setz ich da rein. So. Der muss noch weg. Und das. Ach. Naja. Egal. Grunde muss ich so und so. War das hier mich noch einmal ausgeschmeißen. Aber naja. Ja. Sehr hochschuldig. Äh. Die Fernseite jetzt eh gleich wieder rum. Daher ist es äh. Äh. Auch nicht so schlimm. So. So. Die Reihe die ich jetzt wegnehmen wird äh. Äh. Dann Glas werden. Die Glaswand. Und dahinter wird dringend so ein kleiner Zuschauerraum werden. Würde ich sagen. Äh. Mal schauen. Äh. Wie ich es hinbekommen mit der Monsterfalle. Ich hoffe die wird einigermaßen authentisch. Wie vom Kronk. Dass die auch dann auch nicht funktioniert. J. So. Ich nehme noch die Reihe weg. Und dann ist erst mal folgend Ende. So. Goodie. So. Damit bleibe ich erst mal wieder. Die erste Folge. Die etwas äh. Katastrophal geraten ist. Tut mir auch leid. Dass sie nicht so. Gut geworden ist. Aber. Gehört halt dazu. Und wir sehen uns in der nächsten. Und hoffentlich etwas besseren Folge. Let's Play Minecraft wieder.